mit hilfe dieses videos bist du in der lage den kickmaster korrekt zusammenzubauen es gibt drei verschiedene formen die ovale form die kantige form und die standardversion die ovale form kann symmetrisch und asymmetrisch zusammengebaut werden während die kantige und die standardversion nur asymmetrisch aufgebaut werden können in diesem video wird die standardversion verwendet der vorgang selbst gilt aber für alle formen eine korrekte installation ist nötig um die funktionalität des keymasters zu gewährleisten bei falschem zusammenbauen funktioniert das system nicht oder nimmt sogar schaden in diesem szenario verwenden wir drei schlüssel und einen schlüsselring es ist wichtig dass die blau markierten seiten im zusammengebauten keymaster nach außen zeigen wenn dem nicht so ist ziehen die schrauben im betrieb die gewinde aus der carbonschale heraus und der keymaster geht kaputt zu allererst wird geprüft welche schraubenlänge benötigt wird in unserem fall verwenden wir vier schlüssel wir benötigen also eine schraubenlänge von 12 bis 14 mm hierbei können runde und eckige schlüssel verwendet werden lege den rahmen ohne gewinde mit den phasen schrauben die schrauben wie dargestellt nimm zwei kunststoff unterlegscheiben und führe jeweils eine auf die schrauben lege die ersten zwei schlüssel ein und füge zwei kunststoff unterlegscheiben oben drauf achtung häufig genutzte schlüssel sollten immer außen liegen füge nun den dritten schlüssel und die öse für den schlüsselring auf die schrauben prüfe die länge des übrig gebliebenen gewindes der schraube wie dargestellt es müssen ein bis zwei windungen übrig bleiben wenn eine seite niedriger ist als die andere muss diese mit metallunterlegscheiben aufgefüllt werden bis beide seiten auf der gleichen höhe sind schraube nun die muttern auf die gemessene höhe so dass ein bis zwei windungen darüber liegen drehe die andere carbonplatte auf die außenseite lege die platte mit den schrauben asymmetrisch darauf hierbei sind die eckigen seiten auf einer seite und die runden seiten liegen sich auf der anderen seite gegenüber nimm den inbus und befestige die schrauben so weit dass die schlüssel sich etwas schwerer bewegen lassen als sie sich im endzustand bewegen können sollen kontere das ganze nun in dem du mit dem maul schlüssel die muttern auf beiden seiten gegen den uhrzeigersinn anziehst jetzt sollten die schlüssel die gewünschte beweglichkeit aufweisen der schlüsselring kann nun in die öse eingeführt werden und ein key master ist fertig sollten die schlüssel zu locker oder zu fest sein kann das ganze noch mal nachjustiert werden hierfür werden die kontermuttern mit dem maul schlüssel noch mal etwas gelöst in dem diese um höchstens eine viertel umdrehung mit dem uhrzeigersinn gedreht werden jetzt werden die schrauben mit dem inbus nochmals fester gezogen oder gelockert dann werden die muttern nochmals angezogen nun sollte die gewünschte beweglichkeit erreicht sein falls nicht muss diese prozedur nochmals wiederholt werden das ist die